Hey, hey, hallo, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play. Feinfenster 13 für die Xbox 360. Ja. Äh, im letzten Mal haben wir... Was haben wir denn? Wir haben, genau, wir haben gegen den Drodonotor gekämpft. Den Dreadnought, den... Wie hieß der jetzt schon wieder im Deutschen? Genau, den Brummonauten. Nicht sein Name. Oh, wow. Äh, ja. Wir haben außerdem ein paar neue Dinge hier freigeschaltet. Wir haben für sie hier den Heiler freigeschaltet, und wie er vielleicht... Oh, nein. Und wie er vielleicht gerade schon gesehen hattet, ähm, für Saz, den Brecher. Hier, das ist jetzt der Heiler. Accessoire. Was ist das? Die Anzahl der Anlegungen... Uh, uh. Da will ich hin. Das ist scheiße. Servus. Äh, da will ich hin, da will ich hin. Äh. Ja, machen wir bei denen hier noch schnell. Bei dir ist halt der Heiler am wichtigsten. Der ist... ...jetzt aufgewertet. Ist hier irgendwas Interessantes? Hier ist gar nichts Interessantes. Ist beim Verheerer was Interessantes? Da oben? Auch nicht. Servus. Auf meinem Tag ist nirgends irgendwas Interessantes, äh. Aber wir haben den hier ja noch. Ähm... 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 Ich weiß nicht, was er macht. Na, machen wir das mal schnell. Oh Gott, hier ist ja richtig viel. Wir haben zum Beispiel Feura... Feura... ...und Aqua... ...und Terrorisieren. Okay, cool. Das ist tatsächlich cool. Das ist sogar richtig gut. Wir haben sogar Beben und... Ah, Rollenstufe hat er hier schon. Niemand hat irgendwie die Rollen... ...irgendwo die Rollenstufe, aber Hope hat tatsächlich hier schon seine erste Rollenstufe. What the fuck? Wieso sind alle so scheiße? Ich mein, Hope ist doch sonst immer so scheiße. Okay, das klingt fies. Aber das soll es doch sein. Äh... So. Wir haben jetzt was zu tun. Denn dort vorne beginnt schon wieder die nächste Sequenz. Oder das nächste Gespräch. Oder was ist doch immer jedenfalls irgendwie so... Uh, das sieht toll aus hier. Erinnert mich gerade an diesen einen See in FFXV da. Ich hab vergessen, wie der heißt. Verdammt nochmal. Der berühmte See, wo die tolle Sequenz kommt. Nicht viel für uns für die Zukunft, oder? Hard to picture a happy ending. Wir wissen nicht, wo wir gehen. Ich weiß. Huh? Da. Eden? The Sanctum See to Power. Oh, das ist eine großartige Idee. Discharge direkt in da. Give ihm ein Tast der See Terror. Oh, das ist eine großartige Idee. Ein entgegen der Staten. Aber wer ist die Strecke? Ein Falsi. Eden. Cocoon, Sustainer und Guiding Light. Es wird wohl auch geordert die Purge. Pulse und Sanctum Falsi. Sie sind alle das gleiche. Und wir sind alle das gleiche zu ihnen. Expendbar. Ich bin nicht ein Falsi-Slave. Ich bin nicht ein Falsi-Slave. Ich bin nicht ein Falsi. Wir sind ein Falsi-Slave. Wir sind ein Falsi-Slave. Wir sind ein Falsi-Saufi. Es kam zu das. Ich wundere mich, ob unser Hero versucht, mich zu verhindern. Willst du in der Schnee kämpfen? Just so, mit deinen Enemies? Als nächstes Mal wir uns treffen, wir vielleicht auch sein können. Wenn die Angst in die Angst hat, es uns alle entfernt hat. Die Leuchte war die Gefahr. Wir kommen zu uns. Aber niemand konnte es sehen. Schnee hat es. Wenn nur ich stärker hätte, nichts davon hätte passieren können. Ich weiß nicht, was ich sollte machen. Das macht zwei von uns. Hey! Du bist mir beiniget. Es wird nicht sein, wenn du mich immer so schraubst. Wait für mich! Ich gehe mit dir. Ich kann nicht mehr zu ihr babysitieren. Ich kann kämpfen. Ich bin nicht Angst. Great. Eine Sikom-Hit-Squad. Ja, richtig toll. Na, dann töten wir mal dieses scheiß Exekutions-Kommando. Kack, kack. Stirb mal. Ach Gott, die halten ja wieder gar nichts aus. Sie sind ja fast schon langweilig. Ah, die machen schade. Oh Gott. Wow, wir haben tatsächlich nur beide Heiler und nicht einfach Heiler, Heiler. Wow. Egal. Ist egal. Ist, ist egal. Ist, ist egal. Wir schaffen das trotzdem. Hast du irgendwas Neues? Du hast... Nein, das ist nicht okay. So, die zwei Gegner sollten wir doch schaffen. Sollte nicht das Problem sein. Nicht wahr? Psycam-Aufklärer. Hm, hm, hm. Willst du sterben, du? Kleines Stück. Arschgeburt. Das erinnert mich wieder an die South Park-Folge, die gestern mal wieder kam. Die ich auch zum tausendsten Mal gesehen hab. Mit dem größten Schiss der Welt. Oh Mann, South Park ist cool. Ich hab's früher nicht gemocht, aber dann... Tja, ich glaub, Sars und Vanille sind wieder von uns getrennt. Wer hätte damit gerechnet? Also ich kann es bestimmt nicht, vor allem weil ich's noch nicht wusste. Uh oh. Ja, die Arme ist weg. Was jetzt? Was jetzt? Ich meine... Ich meine, wir können hier bleiben, aber... Wir müssen nicht... Run? Huh? Wir müssen gehen. Wenn wir ihn jetzt rushen, werden wir einfach in der Weg gehen. Du weißt... Du bist richtig. Ich glaube. Ich meine, es ist nicht so, dass die Lichter brauchen. Okay. Das ist auch mal... Das ist es. Komm zurück, ich denke. Wir müssen mehr Soldaten. Wir müssen weitergehen. Lichter? Bist du über die anderen? Ich bin sicher, dass sie weg sind, okay? So kannst du, wenn du jetzt verlassen kannst. Mit mir wird es Kampf nach Kampf. Ich weiß nicht, wie es wird enden. Es ist jemandenswahrung. Ich weiß das. Aber ich muss stärker sein. Lichter. Call me Licht. Was ist der Plan von hier? Durch die Gapra Whitewood, nach Palampolum. Wir finden Transport nach Eden. Ich lebe in Palampolum. Ich kann dir alle Schortkosten zeigen. Keine Nachkriege. Kein Neues. Ich glaube nicht, dass wir uns zu Hause sehen. An Palampolum erinnere ich mich noch gut. Und an den Lichterwald teilweise. So, Endlagerverbindung Pisswool. Das heißt, wir haben Pisswool so gut wie... ...fertig. Aber möglicherweise kommt hier noch so ne kleine Sache. Ist ja noch irgendwie ein Item. Schade. Äh, in Pisswool kommt tatsächlich noch ne kleine Sache, bevor wir hier rauskommen. Nicht jetzt irgendwie nochmal so... ...so ne Mega-Story-Sequenz, die nochmal irgendwie 3 Stunden geht. Äh... Ne, das nicht. Ah, wie weit ist denn das ungefähr? Das ist gar nicht so sehr weit. Okay, oh, was sagt denn die Part seit... 10 Minuten, ne, dann machen wir noch kurz weiter. Äh, ich werde trotzdem speichern. Ich glaube, da vorne kommt nochmal ein Speicherpunkt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Falls nicht, ist das natürlich scheiße. Aber ist ja auch egal. Äh, wir eben speichern. Ach ja, Moment, Moment, Moment. Paradigmen. Wir haben Brecher, Verheerer, Brecher, Augmentor, Heiler, Heiler, Verheerer, Heiler... Okay, Verheerer, Verheerer. Ich hätte gern noch den... ...Brecher, Heiler... ...und den... ...Verheerer, Heiler. Dankeschön. Dankeschön. Wie heißen die eigentlich? Äh, Partikularattacke und Partitionsattacke. Außerdem Doppelsequenz, Heilungstaktik, Stärkensattacke und Extermination. Cool. Cool. Ja, komm, die paar Punkte packen wir hier noch schnell rauf, dann... Was? Das reicht nicht für Nachsetzen? Ernsthaft? Äh. Aber bei ihm reicht es wenigstens für die 10 TP. Oh Gott, ich muss unbedingt bei ihm jetzt ganz viel auf Verheerer gehen. Der ist gar nicht so nutzlos als Verheerer scheinbar. Ich meine, was der hat, der hat jetzt schon Feu-Ra. Die anderen haben doch irgendwie... ...Aquablitz, Elektroschlag, Aerofeuer. Er hat schon Feu-Ra. Und er hat schon... ...der hat schon fast ne... ...ne zweite Rollenstufe. Sein Verheerer ist schon fast auf Stufe 2. Ah, ich hätte damit nicht gerechnet. Also ich hab... ...ich hab doch gar nicht mehr so in Erinnerung. Schwiegen, ich hab... Äh, Hope hat sein nutzloses Stück Scheiße in Erinnerung. Oh Mann, das klingt so viel. Aber es ist leider sowas so. So, ja, mach du nur deine Fertigkeiten und bist eh so ziemlich tot. Sag dich doch! Be-be-be-bele. So. Gehen wir einfach schnell den Weg hier. Das ist wirklich kein langer Weg bis dahin. Und auf dem Weg dahin passiert auch nicht mehr viel. Ach du Scheiße. Äh... Okay, ich möchte jetzt hier lang gehen. Hier ist bestimmt noch ne Truhe. Oh nein, wer hätte damit gerechnet? Also ich bestimmt nicht, sonst hätte ich's nicht ein paar Sekunden vorher gesagt. Und wahrscheinlich hat auch niemand mit euch damit gerechnet. Niemand mit euch damit gerechnet? Niemand mit euch damit gerechnet? Ich meine, niemand von euch damit gerechnet. Deutsch ist gar nicht so schwer, wie viele denken. Nein, wirklich. Ich reg mich immer wieder drüber auf. Wenn Leute nicht ordentlich Deutsch sprechen werden. Ich meine, manchmal, wenn ich so extrem müde oder einfach verpeilt bin, dann kriege ich auch manchmal keine ordentlichen Sätze hin. Aber trotzdem hab ich die Fähigkeit, mich einigermaßen gut zu artikulieren und, äh, besonders in der Rechtschreibung. Wenn ich so jemandem schon was anschaue und dann immer diese Ausrede... Ach, das ist Internet! Hier muss ich auf Rechtschreibung achten. Ich finde, das ist so ziemlich die bescheuertste Ausrede überhaupt, aber... Egal. Ich meine, manchmal, wenn ich irgendwie extrem schnell schreibe und dann mal so ein Buchstabe dazwischen rutscht, ist mir das auch scheißegal. Aber wenn ich dauerhaft zum Beispiel das und das falsch schreibe, dann... Ne, das find ich nicht gut. Find ich nicht gut. Nein. Nein. Aber nicht. Müsst ihr wissen, wenn ihr... Wenn ihr einer von denen seid, müsst ihr wissen... Inwelt, äh... Müsst ihr damit rechnen, wenn ihr mit mir schreibt, dass ich euch oft korrigieren werde. Das, äh... Das ist... Ja. Das wird so sein. Aber egal. Oh Gott. Heil... Heil mich. Ich hab gesagt, heil mich! Ich... So, ich versau mir jetzt grad eigentlich meine Punkte dadurch, dass ich auch, äh... Ich glaub... Also meine Sterne... Na gut, was interessieren mich die Sterne? Scheiß drauf! Ich glaub, man verliert für mich auch da ein bisschen Bewertung. Äh, je mehr... Also je mehr man... Je öfter man seine Paradigmen wechselt, desto weniger bekommt man da. Aber das ist mir grad, äh, richtig scheißegal. Und ich glaub, gegen Hydro-Zeug sind die nicht so schwach. Und sie machen eigentlich keine Blitz-Attacken. Sind die überhaupt nur... Achso, sie halbieren Blitz. Okay, gut. Aber sie sind schwach gegen Feuer und Eis. Das heißt, es wäre gar nicht mal so dumm, wenn ich ihn zum Verheerer gemacht hätte jetzt. Vor allem mit seinem Feurer! Und Feurer ist cool! Wenn's dann noch irgendwann mit dem Gar-Zaubern losgeht, dann ist... Ach du Scheiße! Dann ist richtig... Badass! Oh, was ist hier? Uh! Uh! Eine Truhe! Mit... einem Analysator! Die mag ich! Hallo du Vieh, ich glaub du bist stark! Ich weiß noch, an euch hab ich ganz viel trainiert. Warum hast du trainiert? Du brauchst doch gar nicht trainieren. Ja doch. Doch, doch, doch. Manchmal... Manchmal da sollte man trainieren. Manchmal sollte man's einfach tun. Ich sag's einfach mal so. Und ich wär doch wahrscheinlich vor dem Bosskampf... Äh, bevor ich ihn... Also vor dem Bosskampf, den ich jetzt schon tausend Mal angesprochen habe, den ich eben damals nicht geschafft habe. Ähm... Weswegen ich ja dann aufgehört habe, wie gesagt. Äh, da werd ich auch vorher offscreen wahrscheinlich erstmal eine ganze Stunde lang einfach trainieren. Bevor ich den zum ersten Mal versuche. Ich werd wahrscheinlich vor dem Kampf einfach den Part beenden. Dann ne Stunde oder so trainieren. Oder vielleicht ne halbe Stunde. Und dann erst den Part wieder anfangen, den nächsten. Und dann den Kampf versuchen. Weil das ist echt... Krass. Also ich... Ich find den Kampf echt krass. Und das ist noch nicht mal irgendwie der letzte Kampf. Und das ist wahrscheinlich auch... Doch, doch, doch. Von vielen Leuten wird er als der schwerste Bosskampf bezeichnet. Von vielen Leuten auch, die es geschafft haben. Mal so gesagt. Ja. Ah, jetzt muss ich auf die Karte gucken. Wie weit ist es? Das ist... Das ist doch noch nicht das, was ich meine, oder? Nein. Das ist noch nicht das, was ich meine. Nein. Ist es nicht. Ist es wirklich nicht. Ich meine, ich schweiche hier mal kurz ab. Da... Oh Gott. Ich falle erst mal fast nach hinten um. Wie lange ist der Part? 17 Minuten? Okay. Dann gucken wir jetzt aber noch schnell, was da ist. Aber das ist doch noch gar nicht das, wo ich hin will. Oder doch? Nee. Hey. Any traceable to see? Nothing. No sign, it's been activated. Huh? Who's there? Hallo, wir sind Lissi. Ja, ihr sucht doch nach uns, deswegen tochten wir uns. Wir melden uns mal. Und versohlen euch mal. Spätestens. 16 Uhr. 1. Scheiße, dann habe ich gar nicht mehr so lange zum Aufnehmen Zeit. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein ganzes bisschen machen. Weil ich ja dann bald, also wenn das hier, wenn ihr das hier seht, laufen ja glaube ich schon die täglichen Uploads. Wahrscheinlich dachte ich, wir würden versuchen, eine Pulsmaschine zu entfernen. Vielleicht sollten wir es versuchen. Was macht das? Hey! Du wirst dich verletzt. Nicht das touchen! Warte. Was, wenn es funktioniert? Das funktioniert. Leitere! Warte. 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 Warte! Warte! Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich kann das tun. Ist dir gut, Gimmel? Wie kann ich angreifen? Wahrscheinlich einfach mit Oh-Lol. Wüsste gar nicht, dass es hier sogar ein eigenes Face hat, sag ich mal. Ah, ihr Süßen! Oh, das ist echt süß. Das pink-weiße Xenoroiden? Lol. Oh was, da sind noch zwei, da sind noch zwei. Oder auch nicht. Äh, läufst du bitte? Danke. Ich sehe noch gar keine Viecher. Ach, das ist ein Viecher. Einfach ein kleines cooles... Äh, die Aufstellung. Ich glaube, ich weiß, was es werden soll. Ah, nein. Ich bin der Messe. Habe ich ja glaub schon oft genug gesagt. Bank. Bank. Hallo, ihr netten, kleinen Viecher. Das sind tatsächlich einfach helles in Ruiden. Kann ich jetzt nicht mehr angriffen? Na, ich kann nicht mehr angriffen. Aber ich kann sie so noch töten. Okay, dann mache ich das. Äh, ich will sie alle töten. Äh. Komm, du stimmst auch noch. Komm schon los, lauf! Ja! Jetzt schnell umdrehen und die beiden da kriegen wir auch noch. Oh, Alter, das ist... Das Ding lässt sich grad ein bisschen scheiße steuern. Wenn's einmal läuft, dann ist es cool, aber... Es zu drehen ist richtig abartig. Na, ihr Süßen. Oh, das ist geil. Ich kann leider nicht mehr angreifen. Weil meine Angriffsmarken sind weg. Äh! 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 Gah! Äh! Ah! Gah! Nice landing. es ist nicht mehr es ist jetzt ist es es ist mir leid eigentlich will ich den Brummenauten gleich noch mal steuern weil ich finde eigentlich ganz süß Blitzring Blitzring und 300 wo geht es denn hier hin dann mal zurück okay weiter zurück komme ich nicht ich möchte gerne ins Inventar in die Ausrüstung in ihre Ausrüstung was war der Silberarmreif was bringt der TP plus 100 mhm das ist äh okay aber ich werde jetzt mal kurz den nein nein ich sehe da nicht den Sinn dahinter wenn ich 100 mehr HP haben kann wer weiß vielleicht werde ich den Sinn irgendwann sehen aber jetzt sind wir gleich da wo ich hin möchte ich muss richtig richtig heftig kacken gerade elektro so äh bevor wir uns hier aber allerdings weitermachen auf den Weg machen gehe ich erstmal schnell kacken und äh beende den Part an dieser Stelle denn hier nach kommt jetzt gleich eine interessante Sache auf die ich lange gewartet habe und dann haben wir Peaceville auch schon so gut wie fertig ich glaube im nächsten Part sollten wir Peaceville verlassen können allerdings oh Gott muss ich kacken wir sehen uns im nächsten Part wieder bis dann und tschüss oh